Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserem Weihnachtsvideo. Mit diesem Video möchten wir uns bei unseren Zuschauern für das vergangene Jahr 2014 bedanken. Das Jahr 2014 war ein sehr aufregendes Jahr. Wir hatten viele interessante Erlebnisse auf YouTube. Wir haben viele interessante neue Zuschauer gewonnen. Wir bedanken uns für die vielen, vielen, vielen Kommentare, Anregungen, Daumen hoch und E-Mails und was auch immer alles auf uns eingeprasselt ist. Es war eine Masse. Wir versuchen unsere Kanäle jetzt noch etwas mehr auszubauen, vielleicht auch mal ein paar Projekte mehr miteinander zu unternehmen und möchten euch hiermit auf diesem Wege ein frohes Weihnachtsfest, viele Geschenke und einen guten, guten Rutsch in das Jahr 2015 wünschen. So, wir wollen das nicht arg zu sehr in die Länge ziehen. Wie gesagt, es sollte nur ein kleiner Weihnachtsgruß werden. Und hiermit sagen wir zusammen Tschüss, euer Marc und Euer Eivon. Auf YouTube. Tschüss, frohe Weihnachten. Tschüss, tschüss.